Wer, wenn ich jetzt und was, wenn ich wir, wo, wenn ich du? Und wodurch, wenn ich hier? Warum, wenn ich alles und wofür, wenn ich das? Das Nichts hat der Stille ein Schweigen verfasst. Doch warum ballt es sein Herz zu einer Faust, wenn es spricht? Das Nichts zeugte den Zeugen und nannte ihn ich. Und ist ich auch viele. Die Wahrheit bleibt schlicht. Die Welt ist ein Verb. Sie handelt dich. Doch jetzt brichst du die Gleichung. Deins ungleich meins. Wir ins Quadrat. Geteilt durch seins. Du multiplizierst. Du addierst. Du vereinst. Doch das Ergebnis der Formel bleibt immerfort eins. Stehen. Ein bisschen zurück. Bekänt. Amen.